Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschler und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meinem Gold-Tagebuch präsentieren. Und zwar wollen wir heute mal wieder gucken, was ich die letzten zwei Wochen so an Gold eingenommen habe, was wir so ausgegeben haben und ja, was wir so insgesamt an Gewinn eingefahren haben. Ich bin ja immer noch so ein bisschen im Auktionshaus unterwegs, heißt so Legendary Market, ein bisschen Gear-Items und vor allem verkaufe ich alles Mögliche, was ich habe mit meinen verschiedensten Chars hier in Shadowlands nebenbei erbeute mit einem weiteren Char. Also wir haben so ein bisschen was, was wir aus dem Postkasten rausziehen können. Und da würde ich mal sagen, gucken wir als erstes auf die Zahlen. Ich glaube, das machen wir mal einen Ticken größer. Wir waren letzte Woche stehen geblieben. Warte mal, das muss ich eigentlich hier rüberdingsen. Dann 7, 4, 1, 2, 3, 4, 0, 4, 7 und dann 38.739. So, das löschen wir hier einmal. Habe ich jetzt mal kurz eingetragen, dass ich weiß, wo ich jetzt gerade am Stand bin. Letzte Woche waren wir stehen geblieben bei 47.555.000 Gold auf beiden Accounts zusammen. Und jetzt habe ich gerade schon rausgesucht, wie viel Gold wir noch überhaben. Es sind jetzt noch über 38 Millionen. Heißt, wir haben knappe 9 Millionen Gold ausgegeben. Und jetzt muss man mal gucken, was von diesen 9 Millionen Investitionen wieder zurückkommt. Ich habe vielleicht auch ein bisschen Gold gewastet. So 100, 200k habe ich vielleicht gewastet. Ich habe hier mal ein bisschen Transmog gekauft. Da mal das ein oder andere Pad für 10k. Das summiert sich so ein bisschen auf. Ich war auch wohltätig. Habe eine Freundin, die wie angefangen hat, einen Mount gekauft. Einen Tundra-Mammut und solche Geschichten. Ein paar Taschen. Also da ist auch ein bisschen was für rausgegangen. Aber keine großen Beträge jetzt insgesamt. Vielleicht so 100, 200k haben wir für, ich sage es jetzt einfach mal so zusammengefasst, für Gedöns ausgegeben. Und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir mal in den Briefkasten rein, was da so wieder reingekommen ist. Also 9 Millionen müssen wir auf jeden Fall wettmachen. Und ja, gucken wir mal. Also das allererste, schauen wir mal beim Main rein. Da sind jetzt nicht die großen Zahlen zu verbuchen. Wir haben hier das übliche Kleingedönszeug. Das sind diese 268er Items, die ich verkaufe. Und was auch mit weggegangen ist, einmal für 95k, beziehungsweise insgesamt für 100k hatte ich es drin. Aber man hat ja immer diese böse Auktionshausgebühr, die viele tatsächlich auch manchmal beim Einstellen vergessen. Und da habe ich ein Pad verkauft in Fannybrat Öl. Und das ist ein Pad vom Öli in Fannybrat. Dann habe ich ein paar Mal umgehauen wegen dem Transmog-Teil. Habe zweimal das Pad rausgekriegt. Und jetzt so nach eineinhalb, zwei Monaten habe ich ihn jetzt verkauft bekommen. Deswegen sage ich immer, Transmog und Pads sind eine Sache, wo man sicher mit Gold verdienen kann. Aber man braucht einen sehr, sehr langen Atem. Und das ist einfach so. Also klar, wenn du jetzt ein Pad reindammst für ewig wenig, okay, dann kriegst du es vielleicht auch mal schnell verkauft. Aber für vernünftige Preise, solche Sachen brauchen ewig. Deswegen farme ich nicht explizit irgendwelche Pads oder Transmog, um sie zu verkaufen. Weil das einfach eine Geschichte ist, du verkaufst es in einem Monat, in zwei, in einem halben Jahr, in einem Jahr. Und haust es ewig oft rein. Also das ist immer so eine Geschichte. Ich habe lieber ein bisschen Gold, das ich schneller verdienen kann. Und nicht auf so ewig seltene Sachen, die ich ewig brauche zum Verkaufen. Gut, was haben wir jetzt hier eingenommen? Das waren jetzt 288.000, ist okay. Aber wie gesagt, das ist nicht das große Gold. Gut, dann switchen wir rüber auf meinen Monk. Und bei dem ist es so, dass ich ja meine Legendaries verkaufe. Der hat das ein oder andere Legendary-Teil im Auktionshaus, zumindest diese Base-Teile. Und da haben wir jetzt die Woche oder die letzten zwei Wochen 459 Items verkauft. Ist jetzt relativ wenig. Ich merke, der Legendary-Market flacht ein bisschen ab. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich komme im Moment nicht so oft zum Reposten. Ich bin mehr mit meinem Anima-Farm und Achievements und Mount-Gedöns zu tun, als quasi hier zu Reposten. Aber ich hoffe, dass wir dennoch zumindest ein bisschen Gold einfahren konnten. Also, was haben wir drin? Auf den ersten 100 Items sind es jetzt 2,3 Millionen. Das können wir jetzt mal rausnehmen und gucken, wo wir da am Ende landen. Beziehungsweise, ich bin am überlegen, bevor wir das machen, obwohl wir nehmen es jetzt einfach mal raus. Dann können wir nachher immer noch das Gold wegschicken. Und ihr seht, hier sind die Preise komplett unterschiedlich. Mal 2, 3, 4k auf 40, 50, 60k. Also, da ist alles mögliche dabei. Ich habe jetzt auch angefangen, ein paar Stufe 1 Legendaries wieder zu verkaufen. Die waren ja am Anfang der Expansion ja komplett im Minus-Bereich. Mittlerweile sind ein paar Sachen tatsächlich im Plus-Bereich. Und man kriegt noch 1,2k gewinnt. Vielleicht auch bei einem Level 1. Legendary ist nicht viel. Aber, naja, why not mitnehmen? Kann man alles Gold, das man mitnehmen kann, ist gutes Gold in meinen Augen. Was ich halt gemerkt habe, dass es ein bisschen schwierig im Moment auf Antoinidas ist. Ich denke sicher auf manchen anderen Servern auch. Mit vor allem den Leder-Geschichten. Der Hornbike, der schwankt ziemlich. Also, ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen wieder schwanken gehabt. Zwischen 400 Gold und 1200 Gold für einen Hornbike. Und da ist es halt schwer, wenn du das verpasst, da günstig für 400, 500 Gold einzukaufen. Und du den Hornbike für 1000 Gold einkaufen musst in großen Mengen. Das halt das Doppelte ist. Da kann es halt sehr, sehr schnell sein, dass du halt kein Gewinn beziehungsweise halt eher Minus machst. Und das hat mir so ein bisschen Sorgen bereitet die letzten Tage und Wochen. Und ja, deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen was gehortet. Bei MyMain habe ich jetzt noch, glaube ich, 200 Hornbike oder so zwischengelagert, dass ich immer so ein bisschen flüssig bin, falls die Preise weiter oben sind. Dass ich doch die Sachen noch craften kann, die sich lohnen. Und ihr seht, hier habe ich 255 Hornbike noch hier, 197 verzaubert. Dass ich einfach halt was craften kann, auch wenn die Preise kurzfristig mal ein, zwei Tage oben sind. Dass ich ein, zwei Items von jedem immer noch herstellen kann. Genau. Jetzt schicke ich mal hier ein bisschen was rüber. Mit dem habe ich 4,7. Heißt, 5, 2 oder so kann ich auf jeden Fall schon mal rüber schicken, dass wir da vom Cap wegkommen. Sonst kann ich nämlich nicht mehr mehr rausnehmen. Heißt, dann schicken wir mal dem Täler mit dem Axon einmal 5,25 Millionen, hätte ich gesagt. Oder? Jetzt gucken wir mal mit den Nullen. Das müsste hinkommen. Ich sage es euch, irgendwann kriege ich es mal hin, dass ich es im falschen Charge schicke. Und dann wird es sehr, sehr böse. Aber ich habe TSM drauf. Das Add-on warnt dich eigentlich, wenn du irgendwie Gold oder Items an einen Charge schickst, der nicht dein eigener ist. Also im Normalfall sollte das nicht passieren. So, jetzt sind wir mit dem auch wieder knapp am Gold Cap. Und können hier nochmal ein bisschen was rausnehmen. Ich hoffe, dass wir da genug haben, dass der auch nochmal ins Cap kommt und wir noch ein bisschen was weiterschicken können. Weil alles, was ich weiterschicken kann, ist quasi dann über dem Niveau, wo ich letztes Mal quasi angefangen oder vor zwei Wochen quasi aufgehört habe. Und ja, mal gucken. Es sind jetzt noch 240 Mail-Geschichten drin. Zwischendrin habe ich immer noch die Rippchen. Die habe ich versehentlich in meinem Legendary Group in TSM mit drin. Die sind irgendwann mal reingerutscht. Und seitdem verkaufe ich immer diese blöden Rippchen. Ich habe jetzt aber angefangen, alles, was ich so an kleinen Trash-Items kriege. Und das fängt an von irgendwie so Gems, von Fleisch, von Fischen und auch, was ihr hier seht, diese Verstärkungsrunen, die man sowohl im LFR bekommt, als auch in den Missionen. Und ich lasse ja meine Missionen aktiv mit meinen Twinks auch laufen. Zumindest mit den vier, wo ich Anima farme. Und die sind tatsächlich ganz gut was wert. Hier ist es gerade eine Rune, 700 Gold wert. Ihr seht, der Stack ist halt einfach mal schon mal 14.000 Gold wert. Das ist jetzt nicht das Riesengold. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber für so nebenbei, für eine Mission mitzunehmen. Oder wenn ich eh in LFR laufe, um dementsprechend ein bisschen Anima zu farmen oder Transmog. Dann ist das eine schöne Sache, dass man das nebenbei so ein bisschen eintüten kann. So, jetzt haben wir hier 9 Millionen. Ein bisschen was kann man noch rausnehmen. 100 Sendungen haben wir drin. 2,5 Millionen ist das noch. Heißt, ein bisschen Plus haben wir auf jeden Fall gemacht. Ich war mir jetzt schon nicht sicher, weil ich so wenig Verkäufe nur hatte. Also für zwei Wochen 450 oder ein paar zerquetschte Verkäufe ist tatsächlich echt nicht viel. Muss man ganz ehrlich sagen. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen jetzt noch etwa so ein bisschen, ja so 2 Millionen wegschicken. Und zwar schicken wir das auf den Amund Dealer. Da schicken wir jetzt mal, ähm, ich schicke mal 3 Millionen weg. Dann habe ich, habe ich nicht so ein, ähm, so ein Trouble die nächste Zeit. Schauen wir mal, sind das 300.000? Ich glaube, ich brauche noch eine 0 dazu. Amund Dealer. So. Können wir noch ein bisschen was rausnehmen. Und wir müssen nachher auch noch auf ein, zwei anderen Chars gucken. Da habe ich zwar dann nicht mehr die Riesen, ähm, Umsätze, aber auch noch ein bisschen Kleinvieh. Und das macht bekanntlich auch Mist. Da kann ich euch auch dann zeigen, was ich zum Beispiel mit meinem einen Twink noch verkaufe. Und dem können wir theoretisch auch gleich die Runen noch weiterschicken. Das kann ich übrigens jedem empfehlen, der jetzt vielleicht auch nicht im Auktionshaus unterwegs ist, nicht die großen Umsätze macht. Einfach bei seinen Chars, die er vielleicht jetzt schon auf 60 gespielt hat, ähm, so ein bisschen den Missionstisch mitzuspielen, um vielleicht auch so wie ich Anima zu farmen, aber unter anderem auch immer diese, diese Runen mitzunehmen, ne. Die Gold-Missionen, die sind so, hm, ja, die sind okay, dass sie da sind, aber 3, 350 Gold ist jetzt nicht der große Wurf, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das ist nicht der große Wurf. Was ihr noch mitnehmen könnt, sind die Pet-Battle-Marken. Ähm, es gibt nämlich in Shadowlands sehr, sehr viele Pets tatsächlich, die man einfach bei Händlern kaufen kann. Bei manchen braucht man Ruf, bei manchen muss man irgendwelche Voraussetzungen, Achievements oder irgendwas haben, aber viele sind tatsächlich einfach, ähm, Händler, die euch die Pets gegen Pet-Battle-Marken verkaufen. Und ich bin ja jemand, der relativ aktiv auch die Pet-Battle-Marken sich farmt, aber selbst ich mit 4 Chars, wo ich die im Moment jeden Tag farme, bin noch nicht so weit, dass ich genug Pet-Battle-Marken habe, um mir alle Sachen zu kaufen. Und das geht, denke ich mal, vielen anderen Leuten auch so. Und die Sammler, die wollen halt Sachen schnell haben. Habt ihr jetzt solche Pet-Battle-Marken, könnt ihr hergehen, diese Pets bei den Händlern kaufen. Und die sind eigentlich, also so im Schnitt 10, 20, 30, 40, 50.000, je nachdem Seltenheit. Es gibt sogar manche Pets, die habe ich gesehen, 200k sind im Auktionshaus. Ob die sich verkaufen? Hm. Aber gut, ich habe vorhin gesehen, ich habe auch ein Pet für 100k verkauft. Also es liegt durchaus im Rahmen des Möglichen. Deswegen würde ich euch raten, wenn ihr den Missionstisch aktiv betreibt, holt euch im besten Fall das Anima, wenn ihr das haben wollt. Da könnt ihr nämlich auch bei verschiedenen Gebäuden Pets bauen, zum Beispiel bei einer Monstrositätenfabrik, die ihr auch wieder verkaufen könnt. Oder, wenn ihr das eher nicht habt, dann holt euch die Pet-Battle-Marken und oder die Runen aus dem LFR. Das lohnt sich. Ab und an gibt es auch noch Säcke mit Leder zum Beispiel drin. Das kann sich tatsächlich auch lohnen, weil das Leder relativ teuer ist. Gut, jetzt gucken wir mal, was wir hier bei dem Twink noch haben. Und zwar ist das der Twink, wo ich alles Mögliche an Mist verkaufe. Und da schicke ich mir mal alles hin. Der hat wirklich die ganzen Matts aus Shadowlands, haue ich da ins Auktionshaus. Ich haue aber auch die Uralt-Geschichten. Da können wir jetzt einmal reingucken. Wir nehmen jetzt erstmal hier das sonstige Zeug raus, was ich gerade rüber geschickt habe. Und ihr seht, ich habe hier auch 236 Mail-Sendungen. Und das ist viel Kleinzeug. Das sind hauptsächlich Matts. Das sind aber zwischendrin. Hier seht ihr ja, für 21km mal Runen verkauft. Also ich habe sehr, sehr viele Runen tatsächlich. Das ist aber teilweise auch Transmog-Gedöns. Das sind irgendwelche alten Pläne, irgendwelche Rezepte und mehr. Und hier haben wir schon wieder die Runen, die gehen tatsächlich weg. Die brauchen nämlich Gilden, um zu progressen tatsächlich. Also bei manchen Gilden gibt es diese Runenpflicht. Das hatte ich früher, wo ich im Mythic-Modus auch immer noch aktiv bei Bossen geprogressed habe. Auch das eine oder andere Mal, wo es hieß, okay, wir benutzen jetzt bei dem Boss ab sofort Runen. Und dann ballerst du an dem Abend mal bei 20, 30, 40 Vibes, 40 Runen weg. Und das auf 20 Leute gerechnet. Da könnt ihr euch überlegen, was da ein Raid alleine an Runenverbrauch hat. Das sind dann mehrere hundert, beziehungsweise mehrere tausend Runen, was da so ein Raid braucht. Das machen die meisten eher nicht, weil es halt relativ kostspielig ist. Bei 700, 800 Gold pro Rune jetzt zumindest hier auf Antinidas zahlst du da doch halt einigen Preis fürs Raiden. Gut, jetzt können wir mal gucken. Hier haben wir noch auf der zweiten Seite einiges mehr drin. Unter anderem auch noch ein paar alte Transmog-Geschichten. Ihr seht, Baupläne sind auch noch drin. Aber das aller, aller, aller meiste sind tatsächlich die Legion, äh die Legion sage ich hier, die Muds einfach aus Shadowlands. Und was haben wir da insgesamt rausgezogen? Na ja, mit dem ganzen Käse, ne, den ich so nebenbei bekomme, 200.000 Gold. Jetzt in zwei Wochen ist nicht riesig viel, aber ist okay, ne. Ist okay. Was ich halt auch merke, ne, es gibt ja bei den verschiedenen Seelenbänden hier immer so ein Trade, wo man so einen Sack bekommt. Das habe ich bei den Twinks auch mal mitgenommen. Dann gibt es mal Verzauberungs-Matz, gibt es mal Kräuter, mal Erze. Je nachdem, was man für einen Anhänger hat. Und da kommt dann tatsächlich auch so nach und nach ganz gut was zusammen. So, ihr könnt jetzt mal gucken, was ich zum Beispiel hier noch drin habe. Das sind halt, was ich halt schnell verkaufe, sind halt die aktuellen Muds, ne. Die gehen immer gut weg. Ich habe zum Beispiel auch nochmal ein Pad für 3K verkauft. Und was ich dann halt auch noch drin habe, ist alles mögliche an Alpen, Transmog, teilweise Sachen, die gut auswert sind, die wahrscheinlich in zwei Monaten noch nicht weg sind. Aber alle paar Wochen verkaufen sich ein, zwei Sachen und ja, so nach und nach kriegt man auch ein bisschen Gold zusammen. So, dann gucken wir jetzt noch zwei andere Chars an. Und zwar, wir locken einmal auf den Hexenmeister ein. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den ja vor ein paar Wochen zwei Berufe gelevelt. Alchi habe ich gelevelt und ich habe Inschriftenkunde gelevelt. Und einfach die ganzen Sachen, die ich da gebraucht habe zum Leveln, habe ich alle ins Auktionshaus gehauen, was ich halt als Produkt hergestellt habe. Man muss ja ein paar Sachen herstellen zum Leveln und habe ihn weiter nicht benutzt. Eigentlich würden da auch ein paar Sachen sinnig sein, wo man vielleicht Gewinn machen könnte. Habe ich im Moment einfach nicht so die Zeit, dass ich das auch noch aktiv betreibe. Dafür sind auch, glaube ich, die Gewinnspannen ein bisschen zu niedrig. Ich habe aber nochmal die Sachen reingehauen. Blöderweise, ich glaube, das letzte Mal habe ich sie genau vor zwei Wochen bei der letzten Aufnahme reingehauen und seitdem tatsächlich vergessen. Heißt, keine Ahnung, was sich jetzt dabei einmal reinhauen ohne Reposten verkauft hat. So gut wie nichts, ich habe es fast gedacht. Aber immerhin fast 12k. Wir nehmen den ganzen Krempel jetzt raus und ich schicke dieses Zeug auch an meinen Crap-Verkauf-Char, weil ich logge bei dem hier nie ein und das ist immer ein bisschen verschenkt dann. Wenn das Zeug da liegt, so, 11k haben wir nochmal rausgezogen. Jetzt tun wir, ich weiß gar nicht, kann man das verkaufen? Das schicken wir jetzt einfach alles rüber auf den anderen Char, diese Karten. Eventuell machen wir noch ein bisschen Gold. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dass wir das halt hauptsächlich zumindest schon mal weg haben. Hier diese Tränke, ich glaube nicht, dass da noch großartig was gehen wird tatsächlich. Aber wir können es probieren. Hier sind ein paar Pigmente sind noch über und dann gucken wir mal ein paar Tränke. Das noch rüber, das noch rüber. Ich glaube, das andere Zeug war Transmog. Das wollte ich tatsächlich mit dem Hexenmeister selber lernen. Deswegen habe ich das rüber geschickt. Gut, das können wir noch wegschicken. Und die beiden und dann ist eigentlich soweit gut mit dem. Okay. Das ist halt auch einer von meinen Lager-Chars, wo halt so quasi fast ein Gold-Cap am Zwischenlager ist. Gut, jetzt machen wir das letzte noch und zwar logge ich jetzt mal noch auf den Hunter. Da haben wir ja auch noch mal was zwischengelagert und zwar die 3 Millionen rüber geschickt. Die nehmen wir jetzt noch aus dem Postkasten raus und dann sehen wir tatsächlich schlussendlich, was wir plus gemacht haben. Ich glaube, so 2 Millionen müssten es plus sein. So Pi mal Daumen vielleicht fast 3. Was ja ganz okay wäre, dafür, dass ich das jetzt noch immer so ein bisschen nebenbei mache. Ich habe übrigens vor, jetzt die nächste Zeit den Hunter, auf dem wir loggen, einmal durch den Schlund durchzuballern, nach Ori-Boss zu gehen und dann die letzten beiden Berufe, die mir fehlen. Inji ist das und Juve. Dann auch noch mal hochzuballern und eventuell, wenn ich dann seitlich hinkomme, werde ich vielleicht dann, wenn ich jetzt mal alle Berufe hier auf Antonidas versammelt habe, alle auf Max gebasst habe, dann auch ein bisschen was mit denen machen. Da muss ich aber mal gucken, ob es noch lukrativ ist. Ich habe gehört, so die Legendary-Ringe vom Juve, die sollen sich tatsächlich lohnen. Die sollen tatsächlich gut gehen. Das werde ich mir dann noch mal ein bisschen genauer angucken. So, jetzt nehmen wir aber erstmal das Gold raus, haben wir den nächsten Lagerchar fertig und dann gucken wir mal rein. Er sagt mir jetzt, dass ich hier 40 Millionen und 40 Millionen 79.000 Gold habe und jetzt können wir das mal eintragen, 40 Millionen und 79.000 und dann gucken wir noch mal auf den Main, das haben wir jetzt hier noch gar nicht eingetragen, hätten wir eigentlich parallel schon machen können. Und da hatten wir 10.251.000 und aha, aha, ich glaube wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben Plus gemacht, 2,7 Millionen, ist doch ganz nett für so ein bisschen nebenbei Auktionshausgeschichte und wir haben es erreicht, das was ich erreichen wollte. Wir sind jetzt bei 50 Millionen Gold, die wir flüssig hier rumliegen haben, das Allermeiste auf Antonidas. Ich glaube, ein bisschen Gold habe ich noch auf anderen Servern, so 3, 4 Millionen, aber das Allermeiste von den 50 Millionen ist tatsächlich flüssig auf Antonidas. Ja, das ist doch ganz nett. Ich hatte mir nämlich als Zielmarke gesetzt, erstmal auf 50 Millionen zu kommen und bis ich das habe, will ich halt kein Gold ausgeben. Gut, ich habe ein paar kleine Pätzen sowas gekauft, aber wirklich klein, viel Zeug, ne? Wirklich im niedrigen Bereich. Aber die großen Investitionen, die wollte ich erst tätigen, wenn wir wieder die 50 Millionen haben und dann kann ich entspannt jetzt mal ein paar Millionen ausgeben für dies, für das und nebenbei wieder ein bisschen was reinholen. Gut, es freut mich, dass wir diese kleine Marke quasi erreicht haben und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von meinem kleinen Gold-Tagebuch. Mich hat es gefreut, was ihr dabei wart und ja, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder, wenn es dann heißt 15 Millionen Plus oder vielleicht auch in einem der Videos, wo ich jetzt wieder ein bisschen Gold wasten werde. Ich werde, denke ich mal, bald meine Waste-of-Money-Videoreihe jetzt wieder weiterführen. Jetzt, wo wir die 50 Millionen erreicht haben, müssen wir sie ja wieder für irgendwas rauswasten. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.